Liken, bewerten und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesfirmanstadt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es wird aber auch Zeit, oder? Ja, ich weiß schon. Ich sag es immer wieder. Ich bin ein faules Schwein. Ja, gut, ich habe jetzt die letzte Zeit so ein bisschen privat ein bisschen was zu erledigen gehabt. Deswegen hat sich das jetzt wieder ein bisschen verzögert. Aber heute ist es auf jeden Fall an der Zeit, mal das Update, mein aktuelles Update, zu präsentieren für Juni und Juli. Ich habe im Juni kein extra Update-Video gemacht, glaube ich. Da war ich zwar auf der Filmbörse. Da habe ich auch schon ein bisschen was gekauft, also in Nürnberg. Das Video verlinke ich euch am Ende oder unten, je nachdem, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt sind natürlich im Juli auch noch ein paar Sachen dazugekommen. Nichts allzu wildes, aber ein bisschen was. Ein bisschen Mainstream, ein bisschen anderes Gedöns. Und das schauen wir uns jetzt einfach einmal zusammen an, würde ich sagen. Ich habe mir einen leckeren Kaffee gemacht. So wie immer, ohne Kaffee geht überhaupt nichts. Das ist eh klar. Deswegen macht euch vielleicht auch einen guten Kaffee oder irgendwas. Lehnt euch entspannt zurück. Und dann schauen wir uns doch einfach einmal an, was die Anstaltsleitung hier quasi Neues reinbekommen hat. Oder? Ich würde sagen, ja. Ohne große Umschweife. Starten wir einfach einmal rein. Und die Emeralds. Ja, die ich tatsächlich... Ich habe schon sehr, sehr viele Filme von denen, die ich jetzt da habe, tatsächlich schon gesehen. Also ich war relativ fleißig für meine Verhältnisse bei die Emeralds allerdings noch nicht. Die sind jetzt auch erst die letzten Tage gekommen. Und die ersten drei Filme. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Ich bin eigentlich ziemlich großer Lucio Fulci-Fan. Zumindest was den Horrorbereich angeht. Ich meine, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und Lieblingszombiefilme und Horrorfilme. Und weiß der Geier, was ich finde, absolut großartig. Ich mag auch den New York Ripper. Und viele andere Sachen. Ich mag Fulci einfach. Ja, das ist so. Was ich aber bis jetzt noch überhaupt nicht in der Sammlung gehabt habe, und das liegt natürlich daran, dass ich da nicht so der riesen Genre-Fan bin, sind die Western von Fulci. Ja, der hat ja auch ein paar Western gemacht. Und auch wenn ich jetzt halt nicht der größte Western-Fan auf dem Planeten bin. Ich meine, ich habe ein paar da und ich den einen oder anderen mag ich auch ganz gern tatsächlich. Habe ich mir aber jetzt wirklich einmal, weil ich mir jetzt einfach einmal die Fulci-Western anschauen will, einfach einmal besorgt. Diesen schönen Film hier, das ist Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Mit Fabio Testi von Lucio Fulci. Genau. Der soll ziemlich gut sein, aber ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht, ob er was taugt. Ich hoffe ja. Das wäre natürlich schön. Ja. Den habe ich mir jetzt einfach einmal in die Sammlung geholt. Dann natürlich, der ist tatsächlich out of print. Ich habe jetzt bei Rebuy oder was noch einigermaßen für gebrauchte Blu-Ray viel. Ich glaube, da habe ich jetzt 13 oder 14 Euro gezahlt. Da habe ich mir jetzt ein bisschen geholt. Auf jeden Fall Silbersattel. Der Titel war mir schon ein Begriff, aber ich habe ihn nie gehabt. Nie. Aber den habe ich mir jetzt noch geholt. Wie gesagt, von Rebuy ist out of print. Ja. Der erste Spaghetti-Western weltweit auf Blu-Ray. Das war also der erste Spaghetti-Western oder was? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mit Western kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist was. Da ist sogar der Original Soundtrack mit dabei. Oder was. Zum Mitsingen. Steht zumindest hinten drauf. Ist der dann auf der Blu-Ray oder was mit drauf. Schauen wir einfach einmal. Und dann haben wir noch hier mit Franco Nero. Ja. Django. Sein Gesangsbuch. Gesangbuch. Heißt das nicht Gesangsbuch? Oder Gesangbuch? Haus an der Friedhofmauer. Da haben wir die Diskussion auch schon gehabt. Ich hätte jetzt gesagt Gesangsbuch. Aber gut, Gesangsbuch. war der Kalt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, mit Franco Nero. Ich kenne den Film auch nicht. Also. Aber jetzt haben wir da zumindest einmal diese drei in der Sammlung. Und dann kann ich mir die mal schön gemütlich anschauen. So für die Fulgi-Sammlung. Man muss sich ja immer einfach so ein bisschen weiterbilden. Ansonsten wird das ja nichts. Ja. So. Dann haben wir. Das war eine Empfehlung vom lieben Holsten Ritter. Viele liebe Grüße gehen raus. Weil ich mag ja so gerne Anthology-Filme. Ja. Und da hat er zu mir gesagt. Ey. Kennst du? Scare Campaign. Scare Campaign. Scare Package. Wie komme ich auf Scare Campaign? Es gibt ja Filme als Scare Campaign, gell? Der heißt natürlich Scare Package. Alter. Meine Güte. Ja. Und das ist halt auch so Horror Anthology mit sieben so Kurzgeschichten zum Thema Horror. Und sowas mag ich halt einfach. Ich mag sowas. Das ist cool. Ja. Ich kenne den noch nicht. Aber das ist eine nette Sache. Übrigens. Zum Thema Anthologies. Die Tage kommen von mir nur ein Review. So eine kleine Vorschau auf einen Film von Black Lava. Nämlich The Door of Sin. Ja. Da handelt es sich nämlich auch um eine quasi Anthology. So ein bisschen. Ja. Und die durfte ich vorab schon sehen. Release ist erst im September oder was. Ja. Aber dazu werde ich euch die nächsten Tage meine Meinung noch präsentieren. Alle die so ein bisschen auf Geschichten aus der Gruft stehen. Für die könnte das was sein. Aber dazu gibt es meine Meinung noch in einem separaten Video. Aber egal. Ich weiß nicht. Jetzt mache ich schon Werbung dazwischen. Ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist gut konsistent. Naja. Auf jeden Fall. Jetzt erst mal Scare Package. Ich bin gespannt darauf, was das kann. Aber wie gesagt Anthologies. Was soll schon groß schief gehen. Und dann habe ich noch einen schönen Studio Leica Film. Ja. Studio Leica die Animationsfilme mag. Ich bin großer großer Fan von Coraline. Ja. Und Paranorman. Ja. Ich mag die Animationsfilme einfach sehr sehr gerne. Ich habe schon einige da. Und einer der mir jetzt nun gefehlt hat. Der war jetzt mal im Angebot bei Amazon. Amazon. Ja. Den gibt es anscheinend leider nicht in 3D. Die meisten, die ich jetzt habe, die gibt es in 3D. Als 3D Film braucht man die natürlich. Und die sind auch schön in 3D. Die Animationsfilme. Das ist Mr. Link von Studio Leica. Mit interessanten Sprechern auf jeden Fall. Christoph Maria Herbst. Mr. Link. Ja. Ich bin gespannt. Bestimmt ein schöner Animationsfilm von Studio Leica. Also die kann ich euch generell empfehlen. Die sind eigentlich immer cool. Ja. Vor allem Coraline ist der absolute Oberknaller der Film. Ja. Bitte. Ja. Ein großer Spaß. Schauen wir mal. Mr. Link. Ja. Hervorragend. Großartig. Also ihr habt noch ein bisschen was zum Anschauen. Ähm. Seht ihr schon. Jetzt nehme ich schnell einen Schluck. So. Jetzt kommen wir wieder in die Richtung. Jetzt kommen wir zwei DVDs. Die sind jetzt eher so aus der Erwachsenen Ecke. Ja. Interessanterweise. Und ähm. Da hat mir der geschätzte Morpho draufgebracht. Ja. Viele Grüße gehen raus. Ähm. Vielen herzlichen Dank für diese hervorragende Empfehlung. Ja. Wobei er nur den ersten Teil empfohlen hat. Den zweiten Teil davon habe ich mir einfach selber so gekauft. Und ich muss sagen, der war eigentlich fast noch cooler als der erste. Aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch Rocco Sifredi. Ja. Vielleicht kann jemand was mit dem Namen anfangen. Der spielt auf jeden Fall in beiden Filmen mit. Die ich euch jetzt zeige. Das ist. Ich muss mal schauen, ob ich. Ja. Das geht. Also zumindest das Cover hinten. Ja. Das geht auch. Da muss ich dann vielleicht ein bisschen was zuhalten. Das ist äh. Romance. Oder Romance XXX. Je nachdem, wie man das nennen will. Von Catherine Brelat. Die heißt bestimmt nicht Catherine. Das ist bestimmt eine Französin. Weil das ist ein französischer Film. Catherine. Catherine. Ich habe keine Ahnung. Wie spricht man das dann französisch aus? Ich weiß es nicht. Brelat. Brelat. Keine Ahnung. Aber ich habe mich von einer Frau gedreht. Interessanterweise. Wir kommen natürlich jetzt so ein bisschen in die Erotik-Ecke. Ja. Hier von Arthouse im Übrigen. Präsentiert. Ja. Von Arthouse. Und ich halte euch das einmal von hinten rein. Ich muss einmal schauen. Da muss ich vielleicht zuhalten. Und so. Nicht, dass ich wieder irgendwie Ärger kriege. Und dann könnt ihr euch das einmal durchlesen. Ja. Worum es hier geht. Das ist tatsächlich ein, ja, ganz interessanter Film. Ich meine, hier wird natürlich mit dem Star quasi Rocco Sifredi da so ein bisschen geworben. Denn er hat tatsächlich aber in diesem Film nur eine sehr kleine Rolle. Ja. Er spielt jetzt da nicht die allergrößte Geige. Aber das ist natürlich so ein interessantes, ja, muss man ja sagen, schon Beziehungsdrama. Wie auch immer. Relativ explizit. Ja. Es ist jetzt nicht, also ganz krass, sage ich einmal so. Ja. Aber es ist schon relativ explizit. Also deutlich mehr, als man so im Nachtprogramm auf diversen Privatsendern sieht. Ja. Also schon deutlich in die Erwachsenenrichtung, in die Erwachsenenunterhaltung. Ja. Entsprechend natürlich auch hier die wahrscheinlich Auswahl des männlichen Darstellers. Aber sehr gut inszeniert. Nicht billig. Nicht irgendwie, wie sollen wir jetzt sagen. Das ist halt einfach, es ist ein Drama, ja, mit entsprechenden Erotik-Elementen. Und natürlich dadurch, dass das Ganze von einer Frau inszeniert wurde, auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel natürlich einer Frau. Aber jetzt nicht irgendwie blöd oder Vogue. Oder ihr wisst schon, ich meine, der Film ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht, von wann, aber der ist auf jeden Fall schon ein bisschen, was hier steht. 1999. 1999. Also überlegt sich mal, da gab es das so in der Form, diesen Vogue-Mess-Käse. In der Form nicht. Und also einfach von der Perspektive her natürlich sehr, sehr interessant. Und optisch durchaus ansprechend. Also durchaus auch für männliche Zuschauer natürlich geeignet. Also, Romance, oder Romance XXX quasi. Und davon gibt es, da bin ich zufällig draufgekommen, ja, einen zweiten Teil. Auch von der gleichen Regisseurin, ja. Das ist Romance 2. Romance 2, Anatomie einer Frau. Ich muss einmal das Wendy-Cover wenden, aber, ja, ich meine, gut, ja. Ich habe die beide übrigens von Ding kriegt, von hier Momox, beziehungsweise, ja, ja, Dings halt. Ist Bescheid. Momox halt, ja, genau. Die arbeiten nur mit einem Minimops, genau. Momox, Minimops, das ist ja eh das Gleiche. Die sind relativ, die sind beide relativ teuer für Gebrauchte, die gibt es nicht mehr neu, die sind out of print, ja. Die waren relativ teuer, die hat einen 10er, glaube ich, kostet. Ja, und die waren noch teurer für Gebrauchte DVD, sehr, sehr teuer. Aber, wie gesagt, die sind nicht out of print, die kriegst du halt so nicht mehr. Ja, auch von der Catherine. Und da spielt jetzt, spielt auch Rocco Sifredi mit und die erste Amira Kassar. Sie erdrette junge Dame. Und da spielt tatsächlich Rocco Sifredi jetzt aber die männliche Hauptrolle. Also, das Ganze ist hier quasi ein Kammerspiel mit eigentlich nur unseren beiden Darstellern, ja. Und ist sehr, sehr weird, ja, sehr, sehr weird. Ich muss da hinten leider zuhalten, weil sonst kriege ich richtig Ärger, glaube ich. Auch der hier ist, es steht einer der bahnbrechendsten Filme der letzten Jahre, könnt ihr euch auch durchlesen, worum es natürlich geht, ja. Und die beiden entwickeln da eine sehr interessante Beziehung miteinander, denn eigentlich spielt hier Rocco Sifredi einen Homosexuellen. Und er wird von ihr bezahlt, dass er ihr praktisch zusieht erst einmal. Und ja, das Ganze hat so weirde Szenen drin, wo man sich dann denkt, Alter, ja, lecker mio, was ist noch mit euch los? Also, sehr, sehr krass. Es geht ums, es ist sehr blutig, aber nicht, weil die sich gegenseitig aufs Maul hauen oder so, sondern weil halt, das ist heute Erdbeerwoche und so. Weil es ist, alter Vater. Das ist schon natürlich grafisch durchaus krass inszeniert. Ja, auch sehr zeigefreudig. Ja, durchaus interessant. Und wie gesagt, die eine oder andere Szene, wo du denkst, so was habe ich jetzt in der Form auch noch nicht gesehen. Deshalb Romans 2, auch hier natürlich wieder aus der weiblichen Perspektive insbesondere betrachtet. Ich fand den fast noch besser als den ersten, weil er halt noch abgefahrener ist, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Also, hier Romans 2 und 1. Hervorragend, super. Ich kann die beide empfehlen. Also, wer mal ein bisschen was etwas Außergewöhnlicheres sehen will, so ein spezielles Kino aus dem Erotik-Bereich, ja, dem sei das empfohlen, ja. So, es geht weiter mit ein paar Mediabooks. Ja, und dazu kommt erst mal gleich am Anfang eine große Enttäuschung für mich. Ganz frisch eingetroffen und auch schon gesehen von Splendid. Das ist Ex-Juma. Erschienen, den gibt es, oder kommt auch im Keepcase raus. Ich habe ihn jetzt in diesem Mediabooks holt, aus dieser Amazia Premium-Reihe irgendwo. Da gibt es ja diese Mediabooks-Reihe, ich sammle die. Da ist der erschienen mit Joy Min Sik, was natürlich super ist. Das ist natürlich ein Kaufargument, ja. Oldboy, ja, I Saw the Devil, einer meiner Lieblingsfilme. I Saw the Devil. Und da bin ich natürlich einmal blind zugeschlagen. Und Ex-Juma ist ein Dämonen-Horror-Zeug. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, meine Herren, war der langweilig. Ja, leck mich am Arsch, war der langweilig. Der hat halt so, ja, ich weiß nicht, so Folklore-Anleihen anscheinend. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen auskennen in koreanischer, traditioneller, was auch immer, Zeug. Sonst hast du da überhaupt keinen Durchblick. Es passiert eigentlich während dem ganzen Film überhaupt nichts. Die buddeln da einen Sarg aus und verbrennen den dann. Aber da ist irgendein Dämon drin. Und das ist aber, es passiert halt nicht wirklich was. Da ist dann der eine oder andere mal ein bisschen besessen. Und na, ich bin nicht durchgestiegen. Und da war halt, ich habe nichts dagegen, wenn ein Film jetzt nicht super actionlastig oder sonst was ist. Das ist schon alles okay. Aber wenn ich mich nicht auskenne und eigentlich gar nicht weiß, was die da eigentlich machen. Und dann waren gegen Ende nur ein paar coole Szenen dabei mit einem ganz coolen Dämon eigentlich. Aber das war alles zu, na, das. Und Joy MinSick bleibt hier meiner Meinung nach sehr, sehr blass. Ja, also vor allem, wenn man das halt vergleicht mit Oldboy, mit I Saw The Devil, wo er ja praktisch den Film trägt. Ja, und hier, da hätte man jetzt meiner Meinung nach auch fast jeden anderen nehmen können. So schaut das MetaBook dann aus. Es ist Spottlack natürlich drauf. Das ist natürlich wieder nett gemacht, da von Splendid. Ja, ich meine, warum nicht? Es ist limitiert blau. Wissen wir ja, es ist immer, immer super. Und halt ein bisschen Buklet, ist nichts allzu viel, das 20 Seiten oder was. Und da mit drin sind. Und es gibt da halt immer noch bei Splendid einen Bonusfilm. Das ist hier The Anchor. Der ist okay. Den haben sie auch schon mal rausgebracht, einzeln im Keepcase. Den haben sie da jetzt halt nochmal mit reingewuschtet. Aber was soll's. Ich denke mal, bevor ich sinnlos DVD mit 9Metal, die eigentlich keiner mehr braucht, dann kann man eigentlich auch genauso gut einen Bonusfilm reinmachen. Ich weiß, viele mögen das auch nicht, wenn ein extra Bonusfilm mit drin ist. Die Mediabooks da, die sind natürlich ein bisschen so, seht ihr schon, es ist relativ dünn. Das sind jetzt nicht die ober-super-Premium-Mediabooks. Aber okay. Ja, aber der Film, wie gesagt, Exhumor. Das war für mich wirklich eine Enttäuschung. Ein langweiler. Leider, leider, leider. Aber es ist halt so. Was soll man tun? Dann kommen wir aber zu einem sehr ganz großartigen Film. Ja, und ich muss sagen, ja, ich bin Mia Goff-Fanboy geworden. Ja, ihr habt mir sonst vorher noch nicht wirklich Berührungspunkte gehabt. Aber jetzt ist ja auch vor kurzem von Turbine erschienen Pearl. Ja, Pearl. Der zweite Teil dieser Trilogie von Ty West. Ja, Ex ist ja der erste Part. Dann kommt Pearl. Und aktuell läuft ja, ich glaube, läuft noch Maxine in den Kinos mit Mia Goff. Diese, ja, wo soll man sagen, Slasher-Reihe, ja, quasi. Und den habe ich mir geholt und reingezogen. Und ich war so begeistert. Meine Güte ist Pearl. Ein toller, toller Film. Ja. Optisch, visuell toll inszeniert. Kräftige, krasse Farben. Und er hat ja so ein bisschen alles so diesen Alice, äh, äh, nein, Zauber, nicht Alice, Zauberer von Oz Charme, ja. Und, ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Mia Goff hat dermaßen großartig gespielt, ja, in dem Film, ähm, der durchaus auch seine, äh, blutigen Momente hat, auf jeden Fall. Ja, ich fand sie dermaßen gut. Und, ähm, ich finde, äh, Mia Goff einfach auch rein, rein optisch, ähm, äh, ich, ich finde jetzt, dass Mia Goff ist jetzt nicht so diese ganz klassische Hollywood-Schönheit oder so, aber sie hat was ganz, äh, ganz Spezielles, ja, ganz spezielle Gesichtszüge. Das ist total interessant. Das ist ähnlich geht es mir bei Anya Taylor-Joy zum Beispiel auch, ja. Ja, und, äh, finde ich total genial. Sie hat so, äh, kann sich so toll ausdrücken und, ähm, Pearl ist einfach, äh, super toll inszeniert. Wie gesagt, sowohl von der Story her, von der schauspielerischen Leistung her, von der Optik, wie der Film gemacht ist. Das ist einfach super, ja. Ich kann euch da hinten, das ist noch so eine Karte, Karte da drauf, könnt ihr euch, könnt ihr euch durchlesen. Der, da ist Pearl, da ist sie. Ja, und da muss ich wirklich sagen, äh, ja, das hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Und das Media Book, das ist Cover C, übrigens, sehr schön mit Sportluck und allem. Schaut mal, die Blutsprisse sind Sportluck. Ich wollte das unbedingt haben, weil ich habe ja nicht bloß das eine, schaut mal, das ist dann so ein Komplett, äh, Artwork, ja. Aber die haben wir natürlich nicht bloß, weil der Film hat mir so gut gefallen. Und die Media Books waren so gefallen, das Cover war ja auch so, ich muss wirklich sagen, auch von der Qualität her, also die Turbine Media Books, meine Güte, die sind schon wirklich super. Ja, ich mache noch ein Unboxing dazu. Äh, es gibt so Unboxings dazu, aber müssen wir mal schauen. Ich habe mir ja noch ein anderes Media Book davon gekauft, nämlich natürlich das da, was noch ein bisschen mehr Zauberer von Oz Charme hat, auf jeden Fall. Das ist das D-Cover, das für absurde Preise bei Ebay aktuell gehandelt wird. Ich habe das schon für 120, 130 Euro gesehen, das ist völlig absurd. Gut, ich glaube, das ist bloß auf 111 Stück limitiert. Ähm, hat dieses ganz spezielle, coole Cover, wo sie da auf der Vogelscheuche sitzt. Ja, super coole Szene auch im Film, ja. Und, ähm, äh, hat Leinenoptik, das ist nur zu. OVP, ja, ich muss ja quasi diesen wahnsinnigen Wert erhalten. Es ist auch schwierig zu sagen, weil ich finde die halt beide geil. Die haben halt beide was, ne, die, die Media Books, ich finde die beide cool. Deswegen, ja, mein Gott, normal bin ich nicht so. Normalerweise kann ich, das ist gut, das schaue ich natürlich gleich aus, gell. Ich kaufe mir normalerweise nicht 20 Cover von irgendeinem Film, weil ich bin ja nicht bescheuert, ne, kein Geldscheißer. Aber da jetzt in dem Fall, und weil mir der Film so gut gefallen hat, ja, musste ich das halt quasi haben, ja. Ja, Turbine macht schon nette Sachen, gell. Das ist wirklich so. Und dann haben wir natürlich auch noch, den habe ich schon mal im Stream gesehen gehabt, aber ich habe ihn noch nicht in der Sammlung gehabt. Und den haben wir jetzt halt nochmal reingeholt. Und im Media Book natürlich passend dazu. Das ist allerdings nicht von Turbine, sondern von, hier, Cape Light, ja. Haben wir natürlich hier X, ja, den Vorgängerfilm. Na, auch natürlich mit Mia Goff, der allerdings, man muss ja sagen, Pearl ist ja das Prequel, also zu dem. Also, Pearl spielt vorher, ich glaube, 1918 oder was, 17, 18 irgendwas, der da spielt Ende der 70er Jahre, ja. Denn der hier X hat ja einen, hat ja vom Look and Feel her entspricht ja das eher, ihr seht das schon, wie das ausschaut, entspricht das ja eher Texas Chainsaw Massacre und Co. KG. Ja, also das ist, während ja Pearl eher so diesen märchenhaften, traumhaften Look hat, ist das halt so ein ranziger 70er Jahre Look, ja. Und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, das Gute bei X ist halt, da ist ja so eine Gruppe unterwegs, junger Leute, die wollen da einen Erwachsenenfilm drehen auf dem Land. Und zwar halt in der Farm, wo früher schon Pearl gelebt hat, als Junge, was man dann ja auch in... Deswegen kann man auch im Endeffekt, ich habe mir jetzt Pearl nochmal vor X angeschaut und das kann man auch sehr, sehr gut machen, weil man natürlich, es spielt ja an der gleichen Location, ja. Und man hat dann da, wenn man dann X danach nochmal anschaut, nochmal ein paar andere Ideen dazu, ja, wie das Ganze ausschaut. Weil Pearl lebt ja hier auch, aber da ist sie natürlich sehr, sehr viel älter als im Vorgängerfilm, ja. Mia Goth spielt hier natürlich eine andere Rolle, ne. Und der war auch cool, der hat mir richtig gut gefallen, ja. Und deswegen, es ist halt sehr schön, weil, ich meinte, Mia Goth rennt fast den ganzen Film über hier nur mit einer Latzhose mit nichts darunter bekleidet rum. Oder hat auch einmal noch weniger an, also, oh, schönes Bild da im Bukret. Von daher ist das natürlich auch schon sehr empfehlenswert. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf, also die fahren da ja dann hin, wollen da ihren Film drehen und werden dann auch rumgebracht, was uncool ist natürlich für die, ja. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt noch auf Maxine, ja. Und der wird natürlich auch sofort in die Sammlung wandern, sobald verfügbar. Also, X haben wir auch noch hier von Cape Light. Ich glaube, da gibt es auch noch ein zweites Cover, aber das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr schön hier. So, okay. Dann sind wir, ja, mehr Mediabooks haben wir gar nicht. Nein, sind bloß die. Okay, dann haben wir noch ein paar Steelbooks, ja. Da trinke ich jetzt noch was. Und dann geht es weiter mit den Steelbooks. Was haben wir da Schönes? Genau. Godzilla, X-Kong, The New Empire. Alter Vater, war das ein Scheißdreck. Ja, war das ein Scheißdreck. Also, der hat mir tatsächlich, nein, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe ja schon... Godzilla Minus One im Kino war, ja. Aber ja, da ist ja davor der Trailer gelaufen zu Godzilla X-Kong, The New Empire. Ja, und ich fand den Trailer schon nicht gut. Ja, so schaut übrigens dann. Da ist das Backmotiv noch für den Steelbook. Ja, Steelbook ist okay, ja. Und ich habe schon gedacht, boah, die Special Effects, der CGI, das schaut aber nicht so gut aus. Was ist noch da los? Und ja, das war halt überhaupt nichts. Es tut mir leid, was soll ich da damit? Ich mag keinen Marvel-Film. Das ist ein Marvel-Film. Ich mag das nicht. Das ist, rein von der Optik her, das ist halt so auf ganz, ganz unter dem... Ich will jetzt nicht elitär klingen. Ja, ich schaue mir auch gerne mal so Popcorn-Geblüdel an und so. Das ist, warum nicht? Ja, ich habe da nichts dagegen. Aber das ist wirklich auf dem Level, boah, ja, doof halt einfach. Ja, und dann schnallen es dem Kong da noch so die komische Faust da rum. Ja, wieder diesen Handschuh da von Thanos oder was. Ja, gerade, dass sie dem den nicht hinpappt haben. Dann hauen die sich ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen Action dabei und so. Und ja, es gibt da auch so ein bisschen lustige Einlagen, die auch an alte japanische Godzilla-Filme erinnern. So am Rande. Aber viel zu wenig stattdessen. Viel krach, bumm, viel buntes, was weiß ich, Hollywood-Gegröße mit einfach CGI, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Vor allem, wenn man das halt vergleicht mit dem großartigen Godzilla-Meiner-Swan. Ja, man kann es schlecht vergleichen. Ich weiß, aber das war halt dann einfach wirklich gar nichts. Das war gar nichts. Es tut mir leid. Und das, ich meine, ich mag eigentlich, ich habe überhaupt nichts gegen die amerikanischen Godzilla-Filme, gegen Legendary Godzilla. Habe ich nicht. Ja, ich mochte den 2014er. Den mochte ich wirklich gerne. Und den mögen einige nicht. Ich mochte den 2014er. Und auch, ich konnte auch den Nachfolge-Filmen noch jeweils immer so ein bisschen was abgewinnen. Aber das war wirklich nicht schön. Und Godzilla vs. Kong war eigentlich schon nicht gut. Aber der, das ist wirklich der absolute Tiefpunkt der Reihe. Wirklich. Also, jetzt könnt ihr auch wirklich aufhören. Weil das, na, echt nicht. Brauche ich nicht. Dann sollen lieber die Japaner wieder weitermachen. Da habe ich deutlich mehr Bock drauf, als auf das. Und das soll jetzt nicht bloß, oh, Hollywood ist doof und bla, nein, überhaupt nicht. Aber das war einfach nichts. Wenn man wirklich bloß ein bisschen Monster-Trash sehen will und hauptsache ein bisschen aufs Mal und Ding, ja, okay, dann kann man mal anschauen. Aber es ist, na, nicht schön. Für mich als Godzilla-Fan war es sehr enttäuschend. So, dann habe ich mir noch ein schönes De-Book geholt von einem Western. Am Anfang mag ich ja gar kein Western. Aber der hier, der ist tatsächlich sehr gut. Das ist Soldier Blue, beziehungsweise das Vegan-Lied vom Totschlag. In einem sehr, sehr schönen Steelbook hier vom Studio-Kanal. Frisch rausgekommen in 4K. Schönes Bild hat hier die 4K, muss ich wirklich sagen. Und ein Skandal-Western hier mit Candice Bergen und Donald Pleasance. Ja, mit Dr. Loomis quasi. Und der ist, muss ich tatsächlich sagen, das ist ein richtig harter Western. Ich meine, den Großteil des Films passiert nichts allzu krasses oder schlimmes. Ja, aber das Ende, wo dann die Armee dann dieses Indianer-Camp angreift, von den, was sind das, Chayenne, glaube ich, dieses Indianer-Camp angreift. Obwohl die sich eigentlich ergeben wollen und alles platt machen und Frauen und Kinder umbringen. Und es wird auch sehr grafisch gezeigt. Sehr, sehr brutal. Sehr, 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 sehr brutal. Ganz, ganz schlimm. Da sitzt man dann wirklich davor und denkt sich so, oh, der Vater, das ist echt übel. Das betrifft natürlich nur einen relativ kleinen Teil vom Film, nämlich halt vor allem natürlich das Ende dann. Ja, echt hart. Echt hart. Interessanter Western, interessante Geschichte. Und da das Ganze natürlich auch auf einer wahren Begebenheit beruht, ja, und so oder so ähnlich stattgefunden hat, ja, ist es natürlich da nochmal was Spezielles. Kann ich sehr empfehlen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und das D-Book ist auch sehr, sehr schön. Hat eine schöne Prägung hier mit dieser, wo diese Feder zu sehen ist. Die ist geprägt. Wir haben noch eine Rahmenprägung. Das Hochglanz, das Ganze. Ja, so schaut das aus. Das ergibt dann so ein Gesamtmotiv da, na, würde ich da angreifen. Blu-ray ist auch mit dabei. Schönes D-Book, guter Film, harter Film, harter Western. Also selbst wenn man kein Western-Fan ist wie ich, den sollten wir zumindest einmal gesehen haben, auf jeden Fall. Soldier Blue, das Wiegenlied vom Totschlag, ja. So, dann haben wir, den habe ich natürlich schon in der Sammlung, den kenne ich natürlich auch, das 4K-Stil-Book hier von Mad Max Fury Road. Habe ich mir vor allem deshalb gekauft, weil es kommt ja jetzt demnächst dann bald Furiosa noch raus. Da habe ich Glück gehabt. Ja, weil das habe ich, glaube ich, da noch bei Media Markt für 30 Euro, also relativ günstig gekriegt. Ja, online. Ja, war, glaube ich, das letzte oder vorletzte Exemplar. Ja, habe ich den noch gekriegt. Den mag, ich mag Mad Max Fury Road, ja. Mit Tom Hardy und Charlize Theron. Ich mag Tom Hardy sowieso total gerne. Deswegen, ich finde den cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch auf Furiosa. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, war ja auch nicht im Kino. Aber bei Furiosa spielt halt wieder eine Taylor Joy mit, die ich sehr, sehr schätze. Und deswegen freue ich mich da drauf, ja. Auch wenn da wieder einige sagen, das ist gar kein Mad Max Film. Ja, der Film heißt ja auch Furiosa und nicht Mad Max. Okay, ja, der Titel heißt Furiosa. So, und die Steelbooks passen natürlich schön zusammen. Und weiß, ich mag halt immer noch gerne Steelbooks. Deswegen habe ich mir das geholt. Ich hätte jetzt da keine Unsummen dafür gezahlt. Okay, ich meine, 30 Euro ist auch schon relativ teuer. Ja, aber ich habe es jetzt noch zum Normalpreis bekommen. Deswegen habe ich es jetzt mitgekommen bei Mediamarkt. Was soll's. Mad Max Fury Road. Und dann habe ich mir noch die zwei letzten Fehlenden. Da habe ich mir ja auf der Börse die ersten vier geholt. Für jeweils ein Fünfer. Für die habe ich jetzt jeweils, ich glaube, 6 Euro oder was gezahlt. Um die Steelbook- bzw. Metalpack-Reihe hier zu vervollständigen. Das ist einmal Sharknado 5. In diesem Metalpack. Ich fand die halt cool. Und für das Geld. Ich mag die Filme halt. Die sind halt so deppert. Ich mag die halt. Für jetzt 5 oder 6 Euro so ein Metalpack mitnehmen. Die kann man sich dann schön nebeneinander irgendwo hinstellen. Die passt. Sharknado 5. Und halt, wie gesagt, auch noch den passenden. Der Last One. Sharknado 6. Der Teil. Auch in diesem Metalpack. Die haben wir jetzt vor allem dazu bestellt. Ich finde das optimal. Schreibt mir auch Ihre Meinung zu die Sharknado-Filme in die Kommentare. Das würde mich interessieren. So, dann sind wir mit den Filmen durch. Jetzt. Ich habe aber noch zwei Sachen. Moment. Und zwar habe ich mal wieder zwei Platten gekauft. Also Schallplatten. Und zwar zum einen habe ich hier den Original Soundtrack zu Fallout. Zur Serie. Zur Amazon Serie. Die hat mir super gut gefallen. Ich fand die Serie, also wer die noch nicht gesehen hat, die ist so geil gemacht. Ich bin ja ein riesen Fallout Fan. Vor allem Fallout 3 und 4 habe ich gesuchtet. Bis zum geht nicht mehr. Und die Serie, das ist 100% Fanservice. Das ist so toll umgesetzt. Auch vom Humor her. Vom Setting her. Wie die das alles gemacht haben. Tolle Effekte. Das passt alles. Diese ganzen, diese Detailverliebtheit, die sie in die Serie hineingebracht haben. mit den ganzen Requisiten oder so, die einen direkt an die Spiele erinnern. Vor allem an Fallout 4. Man fühlt sich sofort wie zu Hause. Es ist super. Die Serie hat mir so gut gefallen. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Das wird super cool. Und der Soundtrack. Wichtig dabei. Das sind natürlich jetzt nicht diese Musikstücke, die man jetzt kennt aus den Spielen oder auch aus dem Film. Der Soundtrack. Der passt ja auch. Den Soundtrack haben sie auch aus den Spielen übernommen. Und das sind jetzt nicht die Dinger, die da im Radio laufen. Sondern halt wirklich der Soundtrack von der Serie. Beziehungsweise auch von den Spielen. Und auch, es ist super gut. Einfach. Doppel-Vinyl. Sehr, sehr schön. Mit Colored. Sogar Colored. Yellow und Blue. Yellow und Blue. Sehr, sehr schön. Top. Ja. Muss man einfach haben. Ich finde es einfach super. Und? Und ja. Da habe ich ja schon die japanische davon. Ja. Aber ich wollte unbedingt. Das ist, glaube ich, die US-Fassung von dem Soundtrack. Ich meine, vom Inhold ist das gleich. Wie gesagt, ich habe ja schon den japanischen Soundtrack importiert. Aber jetzt habe ich auch noch bekommen hier von Godzilla Minus One. Wie gesagt, das müsste der US-Soundtrack sein. Ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall hier der Soundtrack zu Godzilla Minus One. Zum zweiten Mal. Mit einem anderen Cover. Es sind auch farbige Colored Vinyl. Ja. Und so was ist immer ganz schön. Ja. Und ich mag den Soundtrack. Und deswegen habe ich mir jetzt halt den. Kaufen wir halt nochmal. Ich habe mir jetzt von Godzilla Minus One. Ich bin so ein harter Godzilla Minus One Fanboy. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich habe mir ja die japanische 4K Collectors Edition. Die Blu-Ray Collectors Edition. Dann den Soundtrack aus Japan geholt. Ich habe eine Figur mir geholt von Bandai aus. Für Scheißgeld aus Japan. Es ist halt utopisch. Aber wenn man halt Hardcore Fanboy ist. Ich kann ja ein paar von den verrückten Sammler verstehen. Ich bin ja auch quasi einer. Und ich gebe auch manchmal sehr viel Geld für irgendeinen Scheiß aus. Es ist halt so. Also die zwei Platten habe ich auch noch gekriegt. Und damit sind wir jetzt durch mit meinem Monats Update für Juni und Juli 2024. Jetzt fange ich auch langsam mit Schwitzen an. Ja, der Sommer ist ganz wunderbar. Ja, ganz wunderbar und sonnig. Ja, und wir wissen ja, es war, ich habe wohl gelesen, es ist irgendwie, es war der heißeste Juli seit, was weiß ich. Auf jeden Fall, wenn man den Medien Glauben schenken darf, werden wir wahrscheinlich alle in ein paar Jahren einfach verbrennen. Wir werden einfach sterben. Der Klimawandel wird uns alle töten. Ja, wir werden eh ländlich zugrunde gehen. Es ist einfach so. Wenn wir jetzt nicht sofort alle unsere Heizungen rausreißen, Solar aufs Dach draufknallen und mit dem Lastenfahrrad zum Einkaufen fahren. So, äh, habe ich jetzt da irgendwie, ich will mich nicht politisch äußern. Das ist blöd. Das gibt bloß Ärger. Nein, mach es nicht, mach es nicht. So, egal, wurscht. Das Wetter ist wunderbar. Es ist schön warm. Ich mag es gern schön warm. Das ist super. Ich hoffe, ihr macht euch heute noch einen sehr, sehr schönen Tag, Abend oder was auch immer. Ein generell schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei dem Video. Habt ihr vielleicht auch ein paar Infos mitnehmen können. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten dürft ihr natürlich gern eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das wäre super. Zu den Filmen zum Beispiel. Kennt ihr die auch? Oder gerade zu den Fulgi-Western könnt ihr mir mal reinschreiben, wie die so sind. Ob die cool sind. Ja, dann schaue ich mir die Tage ja mal an. Und dann passt das auf jeden Fall. Gebt es dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Das wäre super. Ich verlinke euch dann da noch ein bisschen was zum Anschauen. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut bis denn. Ciao und Servus.